So, ab jetzt bin ich da, ich hab die Klo unter die Tür gekriegt, beim fünftens Versuch! Äh, was? Wenn du das jetzt nochmal wiederholst, so dass man nicht versteht, sind wir auch alle, behalten wir uns da drüben und zu unterhalten. Ist gerade einer von uns mit denen, oder? Ja, ich. Okay, vielleicht sagen wir haben sonst, aber wenn du das drüben bist. Das ist du, der da rumrennt! Ah, okay, was ist denn das? Handtuch, wir haben ein Handtuch! Schön, dass du ein Handtuch hast, das ist die Einrichtung! Soll ich die Einrichtung herlassen? Und ja, ich stand genau neben dem Spawnpunkt. Hat er gut geraten, so schnell wie du tot warst! So schnell wie du weg warst! Ich hab dann direkt beim nächsten Mal geguckt, wo der spawnt, und der spawnt so wirklich direkt neben mir. Ich hab aber Licht ausgemacht und nicht hingehockt. Ja, das wirkt dann nebenan aber auch nicht mehr. Was denn jetzt? Er hat ihn angehut. Ich hab nichts gehört! Er hat mich angehut! Macht er nicht immer Hey? Ja, ich hab gesagt, du sollst mal sich die Zähne putzen. Du sollst die Zähne putzen, hast gehört, Geist. Ja, und was hat sie gerade gepiepst? Ich hab's gehört. Bei mir im Kopf. War das nicht die Mikrowelle? Ja, Mikrowelle! Ich hab das aber bei mir im Kopf piep? Ja, bei mir im Kopf! Interaktion! Ein, wer hat denn, du hast die Mikrowelle fotografiert, du warst zu weit weg. Es war ein Stern. Ja, aber es muss zu schnell gehen. Es muss zu schnell gehen. Oben zu reden, es hat piep gemacht, Foto. Ich kenn ja nichts dafür, dass ihr denkt, dass es in euren Kopf piep gemacht hat. Nein, ich hab's nicht geboren. Brrrrp! Bei dir machst du Brrrrp! Scheinbar ist. Wir haben das Meerschweinchen wieder live dabei. Ach, das bist du? Hier vorne, ach, das bist du? Wenn ich das getrunkener Runterschlucke würde, dann kommt's aus der Nase wieder raus. Ich denk, das ist deine Magen. Ey, ich hab das gehört, das wird aus der Nase rauskommen. Nein, das passiert nicht. Bei dir vielleicht nicht, aber bei Rio, du quitschst nur wie ein Hamster auf dir raufgelatscht wurde gerade. Hier ist doch kein Fußhub. Alpha Shade. Schönen guten Abend. Eine sehr leise Stimme. Eine sehr leise Stimme. Oh, jetzt ist er lauter, sehr schön. Bitte einmal das Mikrofon. Bitte einmal das Mikrofon essen. Dankeschön. Obwohl das klang gerade etwas nach was anderen. Nein, das wollen wir mal nicht aussprechen. Wo bist du? Hier. Ich bin hier. Och, nö. Guckt euch mal den LKW an. Ich hab den ganzen voller Müll alles reingehauen da. Glaubst du? 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 Hey. Hey. Hey, Leute. Eins müsste ich merken. Wir haben das Game gewonnen. Wir haben einen Alkoholiker dazu gebracht, nicht mehr zu trinken. Juhu. Juhu. Du weißt auch allen Ärzten, dass der Geist Alkoholiker ist, ja? Ich schwöre, wenn das unsere Mutter wäre, die hätte uns alle Hausarrest gegeben. Nur weil wir einmal genießt haben, alter. Die Agro-Tante. Hatschi. Drei Wochen. Was? Hatschi. Drei Wochen. Drei Wochen Hausarrest. Hatschi. Lahnkabel weg. Haha. Ich hab WLAN. Zack. Rote auch. Rote auch abgebaut. Mist. Daniel, 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 Daniel. Wo bist du? Deine kleine Buller. Komm her du mir. Komm her zu mir. Deine Stache zweit. Komm put 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 put. Schalalali. Schalalala. Der Daniel ist nicht da. Oh je. Hier ist jetzt keiner mehr zuhause. Dann roll ich eben die Bude aus. Schalalala. Wo bist du? Wie heißt denn mit Nachtarm, der Vogel? Ach, Wilson. Ah. Könnt ihr mich oben am Fenster sehen? Hier? Ja. Kuckuck. Ja, mach ich dich. Daniel. 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 Also der Kerl hat einen Schaden. So. Genau. Lass dich mal fotografieren. Sauber machst du das ganz schön. Ja. Oh, hauch mir nicht an. Nur aufs Mundgeruch. Du bist einer angeweckt. Sau ab. Also ein Orb sieht man nirgends. Da sind keine Fingerbrücke dran. Ah, Orb, 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 Orb. Sag ich doch. Hörst du mir ehrlich auch mal zu? Nö. Sassi Bacca. Gesundheit. Ja. Äh. B. Ich kippe, wie hier ist ja. Also irgendwas müssen wir ja. Nimm gleich zwei. Ja. Nimm zwei. Der Knochen ist, äh, wohnzimmer auf dem Tisch. Sehr appetitlich. Sieht aus, als hätte jemand abgenagt. So. Gerade so. So schön Film geguckt und halt währenddessen so, so ein Fuß abgenagt. Ich glaube, der ist jede Hilfe zu spät, oder? Noch nicht. Der ist vorbei. Nein! Okay. Jetzt schnell. Zurück, zurück, zurück! Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ja super. Ein Hoch auf meine Bambusleitung. Ich habe gerade dich angemacht. Schäm dich, Geist. Ich war gerade dort. Ja, wir können eine andere Map machen, Alice. Wir haben die Map komplett überlebt. Und haben alle Beweise. Ich gehe nochmal rein. Nicht sterben, sonst dürfen wir wieder die Map nochmal machen. Ich habe zwei Räucherstäbchen dabei, das funktioniert schon irgendwie. Äh, sag ich nicht. Ich gehe nochmal eine Runde sterben. Ich weiß, ich bin noch drin. Oh, die lief gerade durch, das Ding. Ich habe sie laufen sehen. Dort, Projektor. Haben wir doch schon. Ich muss da eintragen. Ja super, sag doch doch. Haben wir doch die ganze Zeit gesagt. Tokus 2. Dann gehen wir mal rein mit dem heiligen Burrito. Burrito? Früher sah der aus wie ein Burrito, der Räucherstab. Ja, ich fand das aus wie ein Tampon. Ja, sorry. Das ist aber ein rauer Tampon. Naja. Wir haben jetzt selber ein Schläbchen und ein paar Tschuli. Passt schon. Oh, hier kommt gerade die Hand aus der Wand. Oh. Was? Da guckt er. Hallo, hallo, hallo. Das ist das kacke, ey. Ich hab jetzt mal ganz kurz versucht, mit ihm zu reden. Vielleicht mag die Person nicht ja mehr. Ja, der hat die Fuße, ich hab' ich voll mal jacht, gerade. Der ist in mir gesporned. Wie doch das Bett gehüpft ist. Hey, hast du jetzt echt die Tür gegen meinen Kopf geknallt? Zack. Direkt Fußabdruck, Salz auf dem Boden und das schon durchgelatscht. Ja, wie viel Salz haben wir denn in dem Zimmer? Ich hab' die 3,5. Drei Häufchen. Ich hab' nur drei Häufchen gemacht. Ja, ich hab' die. Drei Häufchen, alles gut. Also, wir haben ein Häufchenmacher, ein Eckenscheißer, Autoschlüssel hab' ich. Hier wird er rechts rum. Du raus und dann rechts rum. Voll orientierungslos. Du weißt aber schon, dass man da nicht weiterlaufen kann, oder? Ich konnte das Haus nicht finden. Ich konnte das Haus nicht finden. Ja, das passiert mir auch häufig. EMF fehlt uns noch. Ja, ist irgendwie alles drin, ne? Ja, das kommt einfach an, das kriegen wir hin. EMF liegt auf der Theke, neben dem Buch. Habt ihr ein Fotoapparat bei? Auf der Theke liegt, glaub ich, ein Fotoapparat. Und hier liegen zwei EMFs. Auf der Theke. Eins links, eins rechts. Doppelt hält besser. Ja, das ist ja nfürf ich. Ab Harry close, ein Fotoapparat. Das ist ja n皆さん nochён. Ores Nikola does93 auch ein Fotoapparat. потрää layer monitor. Er ist ja erst mal verwirrend. Und da.